und willkommen mein name ist ja beim letzten mal haben wir erwin fertig gemacht macht und jetzt geht es weiter in eine höhle so wie ich das mitgekriegt habe ja auch interessant ja ich glaube dann kommt jetzt kapitel 41 wenn du warst noch keine probleme mit der internetverbindung oder sogar dieses mal irgendwie ja jetzt gab es noch kein problem seit den letzten drei vier viertag hier vom fahrt glaube ich Das ist das Boot, das die Frau verwendet, um weg zu kommen. Außer euch zu töten. Try not to get yourself killed. Wir machen das schon, wir sind Superhelden. Wenn wir verrecken, dann respawn einfach. Ja. Peace. Peace out. Äh, Kapitel 4.1. Die Höhlen. Die Höhlen? Ja. Der Schlüssel des Motorbootes fehlt. Ah, verdammt. Ja, da ist auch ein Käfer drin. Ich bin nicht gegangen, da hatte ich ja den Käfer. Da kann man doch schon einsam sein. Ja. Das geht nicht, dann kann man die einsam. Let's move. Das geht nicht. Kann man echt nicht einsam. Will ich ihn unbedingt haben ne? aber geht nicht da jetzt genug schätze geben werden ja also ein paar sehr gute level hier in diesen hüllen ja da gibt es wieder neue gegner und so ich mag neue gegner zum beispiel hier spinnen wenn man so angst verspinnen weil ich von solchen spinnen diese sind niedlich die die möchte man mit nach hause nehmen sind niedliche kreaturen was 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 ja ja ich bin der hat eine person kann das überhaupt sein topaz unter eignet an der decke was ist es einfach hier im leben gesehen aber hier sind so viele gegner die mich alle anspringen wollen wir wollten mich alle anspringen alle vier von alle vier jetzt machen wir das im leben kaputt lade nach ich habe immer noch gerade müssen die leiter ja unten richtig umgekickt habe weil ich es getan habe was auch so ein käfer drin ja das ist ja ich habe es war ja das stimmt wir haben uns um brauche ich doch gar nicht alle hey da noch ein robin wir haben hier doch noch nichts was aber den hier noch eine tür oh gott und ein ja dann erinnere ich mich was die fliederbäuse gesehen was die da ja Moment, da ist was! Da ist was! Wenn ich das? Wenn ich das? Da haben wir hier einen Top Pass! Oh, eine Spinne. Die sind schon eklig aus. Spinnen an Wände. Die realistische Aussehen. Da hängt etwas. Ich will gar nicht wissen, was das sein könnte. Den geht's gut. Ja. Oh, Bär! Oh, Bär! Oh, Bär! Oh, Bär! Jetzt ist es leer. Komm. Hm. Hm. für mich wie indiana jones wie indiana indiana sind wir in indiana mg mg emotionen die ich nicht mitnehmen kann und wir auch so lange mitnehmen jetzt bin ich freue ich bin auch voll ich habe auch kein platz mehr was wenn du erst mal über die brücke da gehst großartig ihr säcke alles ok ja sehr gut ach ich muss darunter da steht schon ein da steht schon da gab wenn die jetzt hier runter kommt in dem recht weil ich nicht mache ich so fertig ich meine ich sehe ich sehe halt deine sicht nicht verstand da schon kampfbereit um mehr ecke aber weil ich noch nicht runter gesprungen da hat er sich noch nicht bewegt deswegen wahrscheinlich gewartet dass ich runterkomme hier sind keine soll ich gibt der rückendeckung hat den gar nicht geblendet die soll nur kommen müssen nicht schlechtes timing ja ganz ganz schlechtes teil ich kann nicht mitnehmen aus dem weg aus dem weg und mann kaut hat sich drauf sammeln konnte ja ich kann auch nichts mehr das rotes kraut warte man kann ich mitnehmen du hast du hast zwei gute karte ich kann dir weil ich habe zwei grüne kreiter warte 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 moment gibt mir ich gebe dir die pistolen motion gewollt haben ich hätte ich jetzt einfach aus reflex mitgenommen was ist wenn es mehr ist warte ist da unten noch was davon habe ich gekommen da war nichts mehr glaube ich nichts mehr dort habe ich von eingesammelt noch unser für mg munition oder kraut grünes kraut in einem sarkophag vielleicht war es ja mal ein friedhof eine mumie in einem sarkophag vielleicht war das hier mal ein friedhof ich wollte es auch noch mal lesen noch nicht da doch mir kamst du ja ja hier war war ich und dann war ich halt hier die ganze zeit hier müssen wir nämlich hin das ist klar hast du die taste verkackt ja das schlangen die zwei schätze das ist auch noch einer vor der stadt vorgesprungen war eine menge ja danke ich habe mir den landgranate erledigt habe ich angezündet schon heiß ja der meine übergezogen wenn wir also mit seinen fachländer wird übergezogen es ist aber gar nicht so schlecht dass wir jetzt gerade gestorben sind so die brandgranaten weg merkt man muss dann brauche ich auch erst mal nicht ich habe fünf brandgranaten mit damit mit der ganzen kacke in dem 1 gegeben oh ja dankeschön ich glaube ich kann auch der besser okay ich bin bereit dann wird es wieder hier wir sind offen gewesen ja auch kaum schon wir sind der packelmann der packel man aber da war es war der turmfusor ich habe ich habe den auch gut bearbeitet so viel probieren das ist wertvoller in rubin und anstatt hier wird man sagen uns auch hier ist wertvoller weiß dass vielleicht jemand wenn es schreibt in die kommentare und das ist gerade mal weil es das nicht so ist es nicht endlich hier so ein komisches rätsel und wir machen gar nichts okay er schießt jetzt bewegt sie sich kopfschluss schild gegeben weil ich kein schaden so jetzt haben wir erst mal unsere ruhe money 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 must be funny ganz viele basen zum zerstören ich glaube ich würde da nicht rumlaufen aber der lud der lud da ich gebe dann hier hoch schiebt ich bin jetzt mal durch ja ich war ein bisschen schnell mit einfach durch den ball bei mir durch gelaufen wenn ihr erwischt nein ich hoffe ich habe nichts kaputt gemacht oder zu späten nein ich weiß genauer jetzt kommt ich habe ich mit einem kollegen ist das allererstes mal spiel gespielt habe eine stunde oder so festgesteckt ok das sieht mir doch ganz nach nach falle aus ich bin jetzt noch zwei knöpfe bringen ja mit ex style ich kann sagen da hast du eine stunde daran festgestickt ja da musst du musst dir vorstellen ich habe auf der xbox gespielt beim kollegen und das war dann erstmal dass eine xbox controller in der hand hatte und da musst du ja vorstellen die ganzen big time events die haben ich immer fertig gemacht weil ich die xbox und vorher nicht auswendig kannte und er hatte irgendwie probleme irgendwie die ganze zeit so wiederholt zu drücken und ich hatte mal probleme mit den knöpfen weil ich nicht wusste welcher knopf wo ist dann haben wir eine stunde wieder fest gesessen und am ende voll durch okay da haben wir es auf jeden fall sehr viel besser gemacht als ich dachte ja ich habe auch wieder alle in der tastatur gehabt mittlerweile weiß ich auch welche knöpfe ja immer durch wirken der mal vor irgendwie bei der tastatur wenn ich jede klappe irgendwie drücken sie hat das sollten sie dort drücken sie pt drücken sie lehrtaste drücken sie in minus kopf weil er volle altraum ja weiß wie wir also ich auf der tastatur sind bestimmt mehr als jetzt ja das so viele tasten hier möchten sie die tasten drücken nein möchte nicht die tasten drücken mit dem event drücken sie rt hg hj hotel und zwar gleichzeitig hier geht es nicht weiter auch wenn wir dann hier was der hier x ich habe sie zerstört und warum weil es mir freude macht es macht mir freude sachen zu zerstören zusammen ist es einfach ein wir müssen wir müssen ganz normal weil darunter gehen weiß diese riesige unter uns glaube ich und wo uns auf keinen fall noch ein boss gegner erwartet ich meine ja nur wir sind hier in einem großen raum genug platz um riesige gegner zu füllen ich meine ja nur der habe ich gegeben was hast du das leben ausgegeben ja ich habe erste spray oh mein gott auf der seite ich gehe mal darum soll ich so bleiben ja ja ich denke auch so ich bin dran das jetzt mal passiert da liegt was ich will ich sehe was im bling bling es funkelt und glitzert da war der schatz vorsehen und saphir aber ich weiß was er drin ist und naten wer war kein platz warte warte mal jetzt habe ich platz jetzt habe ich einen granatwerfer etwa wegen diesem einen ding was vielleicht gleich noch kommen wird einfach nur wegen feuerwerken ja ne wer maus ich hab sie nicht gesehen denn das dracula zu meint ja weil dracula kommt aus dem früheren rumänien das war halt so kriegswürst der hat das blut seiner feinde getrunken hat weil er dachte dadurch wäre ja unbesiegbar und deswegen halt wieder was gelernt haben wir wieder was gelernt haben wir wieder was gelernt von bernd ja während das brot ich will am hebel ziehen klick alle wollen am hebel ziehen das ist jetzt passiert ja genau wir nutzen die technologie ok genau erst mal das markt einsammeln habe ich da gerade was gehört jetzt sehe ich sogar was ja doch kommt schon freunde will wird sich langsam lästig aber da sind sie alle ich habe mir der fackelträger und erst gesteuert hat wir sehen wie der hingefallen gehen wir ein bisschen näher ran und die europäische auch da sind sie ja ich habe alle losgehen da steht noch weiter auf die beiden wenn die er um die ecke kommen dann auch da sind sie wenn ihr kopf getroffen hat durch den schild naja durch den schild braucht ein kopf nicht sehen um ihn zu treffen ich kenne die menschliche anatomie ich kann es nicht tragen ich danke sagen mein gott wissen wir ja schon wieder ist mit ihm schon wieder los geht es nicht gut wenn ihr vorbeikommen die mache ich fertig die schnappen aber ich gehe mal ein bisschen zurück wollen wir ihn so lassen lassen warum sagen ja ja ich war wohl die gerade gerade von ob sie das highlight sein wollen beim best of ich komme auch näher nicht mit munition ran allein das show und das best of wer hat so wird das noch ein hebel zimmer dran wo ist ein anderer nachher runter ist dann glaube ich glaube ich glaube der ist unter und genau das war den jahren ok da wollte man sagen dass uns erst mal dem golden hier 10 1 2 oder 3 hinter welcher tür ist der zonk ja ich glaube jetzt kommen es kommt jemand halt da unten lang und ich wollte gerade mitnehmen ich bleib oben warum welche zu dir wenn du das sehe da war gerade so eine spinne die beiden ihrer tos animation in der luft ich hoffe dass ihr geschenkt kam gut an die nur gesehen wie dir auf dem boden gelandet klingt und dann so brauchst du hilfe solch runterkommen oder geht dann glaube ich vorsicht fackelträger jetzt sein gefallen hat sie gesehen wie er hingefallen ist ja wenn ich sprechen das geht nicht dann kommt man nichts probieren ja der ist tot alles tot alle 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 so viele ja gar nicht ok musik hat aufgehört also in ordnung da unten ja aber ich habe mir und noch ein paar wasen ja scheiß jetzt auf die wagen das erstmal hier hebel ziehen jetzt noch eine mine mine definitiv brauchen chris mach gefälligst den mund zu das ist noch eine truhe noch eine truhe gerade gesehen wo kann man ja noch weiß ich doch nicht okay so das spiel ich komme jetzt mal runter an erhalt ich kann hier rüberspringen sie mal an mit blendgranaten sechs stück granatwerfer doch doch du hast ein kraut aber ich habe ja noch ein rotes war so ja ich weiß keine ach ja Nein. 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 Das sieht man am Ende. Ja. Hey, wir kommen nach oben. Cool. Nichts kann schief gehen. Hallöchen, na? Ah, nicht er schon wieder. Oh Gott. Das war auch nicht los. Das hat so ein Schmickheim event gesehen. Ja. Ich glaube, man kann da runter springen oder so. Das stimmt. Ich sterbe. Ich bin mir aufgefallen. Danke. Danke. Also meine Mini platzieren. Aber wenn ich müsste, wo der ist. Komm. Komm nicht an ihm. Ich komme nicht vorbei. Da weg gehen. Okay. Und halt. Und halt. Ah. 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 Ich bin verschluckt. Ja. Ich habe mich verschluckt. Ganz übel. Nein. Ah. 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 Ja. Ah. 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 nicht erst mal die lenker weg die werden wir erst mal nicht brauchen im gt verbessern 180 schuss momentan können sie dieses objekt nicht verbessern keine kapazität für mich jetzt bin ich ready so viel geld ja immer die kontrollpunkt genau da vorne ja warte moment dann kommen wir her wissen du ich hatte mal hier ich platziere in die miene er kommt er kommt ich bin genau der gleichheit ich mache ich kann nicht schießen schon tot also jetzt hat es ja wunderbar funktioniert findest du nicht ja auch man hätte auch den weg können ja aber wir sind doch hier die erfahrenen profis vor allen dingen ich hätte nicht weil ich mit dem grad die ganze zeit hier habe ich gesehen die schießen weil ich die ganze zeit gestand war von einem ja ich glaube hier ist nichts mehr dann gehen wir weiter ja geben wir auf den tod verderben ich meine ich mit einer dame die preparativen sind fast dann können wir gehen gut Sie wissen, ich war überraschend, dass die Flagas so ein Erfolg haben. Als du erst kam, habe ich meine Gedanken. Und jetzt ist Uroboros fertig. Deine Position in Tricell ist geschlossen. Oh, ich habe meine Augen auf etwas viel größer. Du brauchst einen Partner, nicht wahr? jemanden zu sein, um in deinem neuen Welt zu sein? Ich glaube, dass ich mich wert bin, nicht wahr? Vielleicht hast du. Ich glaube, dass du mein Freund, Chris Redfield, gekommen ist. Ich fühle mich Angst? Der Plan ist in der letzten Zeit, und ich will nicht überraschend. Oh, ich glaube, ich habe einen Toon. ende von kapitel 1 ja wir haben gesehen albert wesker ist tatsächlich noch am leben wer hätte das gedacht ich musste es auch und dabei habe ich das spiel nicht durchgespielt ich musste dass das auch am leben war ja gut was uns beim nächsten mal erwartet dass sehen wir beim nächsten mal ja also gut dann bis dann und schau